Herzlich Willkommen und zurück zu Let's Play WoW mit dem Paladin. Ja, das Add-On ist draußen, aber die anderen Let's Plays lassen wir nicht fallen. Wir machen sie natürlich weiter und ein bisschen reduzierter. So, wir müssen hier noch... Aber hier waren wir doch schon drin. Ah, ok. Was ist das denn? Das sieht ja mal sehr aus. Screenshot, Screenshot, Screenshot. Sehr schön, haha. Das war mein Ritt auf der Hapune. So, haben wir die Aufgaben abgegeben. Ich habe uns mal für eine Dungeon angemeldet, aber kein Heiler in Sicht. Wer weiß, wann der erste Heiler kommt. Ich gehe davon aus, dass wahrscheinlich alle BFA am Zocken sind. Dann müssen wir mal gucken, was das wird. Ob wir gleich in der Instanz kommen oder in der nächsten Folge. Wir sehen es dann. Ich habe uns auf jeden Fall diesmal für Brank-Preset-Instanz angemeldet, weil wir wollen das ja mal abwechselnd machen. In der letzten Instanz waren wir in Bock-Utgard. Deswegen habe ich uns jetzt mal in der BBC-Instanz angemeldet. So, was sollten wir denn? Ach ja. Genau, das Geheimnis lüften. Landen wir mal hier. Geh weiter, Wikinger. Drachenschindler. Ok, dann hören wir uns mal an, was hier los ist. Euer König beschwört euch. Hört zu. Die Götter haben uns in den Stich gelassen. Selbst jetzt in unseren dunkelsten Stunden spotten sie über uns. Wo sind die Titanen, wenn man sie am dringendsten braucht? Unsere Frauen gewähren Missgeburten, verunstaltete Krüpplinge, die nicht mal alleine stehen können. Es gibt nur eine Antwort, einen Grund. Mirim hat gearbeitet. Lange saßen wir rum. Ich komme gar nicht hinterher mit dem Lesen. Aber ihr könnt es ja auch mitlesen. Und die Antwort sind nichts, denn sie sind Titanen, die uns verflucht haben. Oh, sie schwören den alten Titanen ab, ihren alten Göttern. Und sie sollen nur noch ihren König huldigen. Eieieiei, das kann ja was werden. Dann kommen wir hier auch wieder raus. Wie kann man denn hier raus wieder? Hier müssen die Leute einfach wegfliegen. So, dann können wir die Aufgabe abgeben. Ach, die ist da, ne? Wollen wir erstmal zum Außenposten der Forscherliga. Das können wir natürlich auch machen. Aber wir fliegen erstmal nach da, doch. Geben erstmal die Aufgabe ab. Muss ich hier irgendwie raus? Genauso. Kommen wir raus. Sehr schön. Das ist mein Megaziter drin weitergeflogen. Oh Mann. So, was sagt unsere Instanz? Kein Heiler. Okay. Möchte keiner. Dann ist das halt so, wenn keiner möchte, dann ist das halt so. Dachte ich, wir laufen mal schnell in der Instanz, aber anscheinend wohl nicht. So, wem sollen wir das geheimes lüften? Der Schamane. Seid herzlich gegrüßt. Du auch. Erinnert euch an die Lehren der Vergangenen. So, jetzt fliegen wir auf die Nähe zur Westwacht. Westwacht hört sich an. Alun Ador. Ah, er schickt uns sowieso zur Westwacht. Westwacht hört sich an, als das so ein Stützpunkt bei Games of Thrones war. Ja, heißt da auch nicht irgendwas Westwacht. Die Nordwache. Ja, Westwacht gab es da nicht was. Da gibt es so viel natürlich bei Games of Thrones, aber jede Menge. Oh, da unten fliegt wer. Bestimmt ein... Holla, oder? Ne? Todesritter der Allianz. Oh, hallo. Fliegst du selber oder fliegst du alleine? Hm. Fliegst du selber oder alleine? Ah, Schwachsinn, ne? Ihr wisst, was ich meine. So. Oh, hier haben die Drachen ja richtig zugeschlagen. Das sieht ja aus. Oh, eine Aufgabe. Da werden wir gleich hin. Aber erstmal werden wir mal gucken, was unsere Zwergenfreunde von uns so brauchen. Oh, hier draußen sind auch Aufgaben. Das ist sehr schön. Den Flugpunkt holen wir uns gleich. Dann mounten wir mal auf. Dann gehen wir mal in eine Festung. Montag, aus dem Weg, aus dem Weg. Ich habe es eilig. Hauptmann. Hier bin ich. Wie geht's? Mir geht's gut. Und dir? Schlachtpläne. Das ist ja schön. 15 Eier, da bleibt es auch. Okay, sage ich doch. Das ist ein Problem mit diesen Drachen da draußen. Dann. Und dann mounten wir gleich mal hier auf. Können wir hier wieder durchfliegen, ohne abzumauten? Nein. Okay. Gibt es hier sonst noch Aufgaben? Ich glaube, hier gab es auch noch Aufgaben drin. Oder noch nicht? Später. Hier ist auf jeden Fall eine. Können wir von hinten reinfliegen? Nein. Nein, müssen wir ins Haus einmal. Mal gucken, was es da für uns gibt. Guten Tag, Gasthaus. Oh, der Koch. Die Köchin. Die Köchin. Ich habe die besten Waren im Land. Bleibt auf dem Boden. Jawohl, das werden wir mal für dich machen. Müssen wir mal runter. So. Und auf mounten. Dann werden wir uns gleich mal zu den zwei Aufgaben, die hier vorne sind, noch begeben. Dann müssen wir, glaube ich, Kanonenkugeln sammeln, wenn ich mich nicht mehr ganz täusche. Ich bin ganz ohr. Genau, Kanonenkugeln müssen wir uns mal sammeln. Dann sammeln wir mal ein paar Kanonenkugeln. Wo seid ihr denn? Da sind sie. Hier ist eine. Sehr schön. Da ist die zweite. Wenn wir erstmal die Kanonenkugeln schnell sammeln. Okay, er greift uns an. Gut. Dann erst doch die Welpen töten. Dann müssen wir die Eier zerstören. Weil ich habe letztes Mal, wo ich hier gequestet habe, erstmal die ganzen Drachen getötet. Du bist mir auch spannend. Ich muss auch die Eier zerstören. Dann durfte ich doppelt so viele noch zerstören. Und töten Drachen. Dann hier kommt mir zum nächsten Ei. Hammerkreise lassen. Ich brauche ein Ziel. Zeit. Ich habe kein Ziel. So, wo ist das nächste Ei? Da vorne. Und zack. Und zack. So, das ist auch offen. Hier kann ich mitkommen. Da ist das nächste Ei. Oh, die müssen wir uns aber erstmal töten. Sonst ist es halt ein bisschen ätzend. Das ist kein Problem für uns, die Stunnen uns ja nicht. Da können wir ruhig ein paar zusammenziehen. Ich brauche ein Ziel. Los, zwei können wir wieder mitnehmen. Ab zum nächsten Ei. Vorne sind es zwei Eier. 15 Eier müssen wir zerstören. Oh Mann. Da sind auch echt viele Drachen. Lassen wir die Hammer mal kreisen. Wir treffen uns alles hier. Dann werden wir erstmal die besiegen. Nächster Ei zerstört. Und der nächste Vogel. Das ist Vogeldrache natürlich, ne? Nächster Ei zerstört. Folgt Papa mal. Vielleicht so, wo die zwei Eier sind. Wie brauchen wir denn noch? Immer noch sieben. Oh, hier sind gleich drei. Das ist sehr schön. Hochheilen. Ich brauche ein Ziel. Wir sind immer noch in keiner Instanz. Ich habe kein Ziel. Glaube ich im Leben nicht. Das brauchen wir denn immer noch. Ein Heiler. Das ist ein Mangelware. Das ist ja schlimm. Das ist ja sehr schlimm. Ich töte mir erstmal die Eier noch. Vier Eier. Nur das ist eine Ei schon mal. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Das Ei. Ich bin auch eine angeflogen. Oh Mann. Das sind ja hier wie die Ameisen. Überall. Zum nächsten Ei. Das ist da hinten. So. Ein Ei brauchen wir noch. Wo ist das letzte Ei? Wo ist das letzte Ei da hinten? Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Hier sind zwei Eier. Das ist egal. Ein mit euch. Gut. Wir haben euch alle besiegen. Hier sind drei Eier. Dann brauchen wir die ganze Zeit nur Einzel-Eier gemacht. Verstehe ich nicht. So. Aber das blieb besiegt, die Eierhammer auch, komm, ich werde euch mal besiegen, zack, jetzt stirbt, der Raffin hat mir genug eingeheizt, besiegt, so, auch besiegt, jetzt nur noch dich, und noch in der Kopf, ich brauche ein Ziel, so haben wir die Aufgabe erledigt, ich hatte auch eine Aufgabe, wo ist er denn, wo ist er denn, hier ist er, guten Tag, die Summe nicht töten, ach, hier, die, die Wikinger soll man töten, die Wikinger, ja, komm her, hier, aber ich kann auch alle drei gleiche holen, hier kommen wir auch noch dazu, gut, das war doch jetzt gerade ein bisschen viel, wow, da waren wir gerade ein bisschen zuvor, ich mache das dann ja auch wieder, Mist, ja, schaut mal trotzdem, bisschen action hier, und zwar tot, wenn es dann mal nochmal, das können wir uns heilen, und da haben wir es schon alle besiegt, sehr schön, nachher muss man kurz hoch, einen von den Deppen brauchen wir noch, ich bin außer Reichweite, ja, so, so, aber, können wir abgeben, müssen wir die hier abgeben, ja, bei dem Baum natürlich, so, komm her, hier, okay, dann können wir noch ein paar Kanonenkugeln schnell sammeln, vielleicht ploppt da in der derzeit nochmal, die Instanz auf, das wäre schön, können wir vielleicht nochmal eine Instanz in der nächsten Folge gehen, so, aber ich sage euch schon mal, danke fürs Zuschauen, wir sehen uns gleich, nicht gleich in der nächsten Folge, wir sehen uns erst nächste Woche in der nächsten Folge, bis dahin, bis, bis zur nächsten Woche, ich wünsche euch schön viel Spaß in BFA, ihr werdet wahrscheinlich schon die ersten heroisch-mythisch Dungeons gemacht haben, aber wir werden sehen, was passiert, ich danke fürs Zuschauen, halt mich auf dem Laufenden, schreibt fleißig Kommentare, gebt mir Feedback, wie ihr die Folgen findet, und ob das so okay ist mit den Zeitintervallen, bis zur nächsten Woche, auf Wiedersehen, und Tschüss! Musik Musik